Dürfen die Haare an den Seiten kürzer sein als oben? Das dürfen sie. Und das, was verboten ist, ist der Qaza. Was heißt der Qaza? Der Prophet sagt, jemand, der einen Teil rasiert und den anderen Teil lässt. Wenn man jetzt einen Schnitt hat, dass man die Seiten etwas kürzer macht und dann sozusagen oben etwas länger hat als an den Seiten und ein sozusagen Übergang zwischen diesem unteren Schnitt und dem oberen Schnitt vorhanden ist, dann ist das kein Problem. Was ist jetzt der Qaza? Es gibt beispielsweise diesen Schnitt Undercut. Undercut war was? So wie Boxerschnitt früher, aber dass man oben die Haare noch länger wachsen lässt. Also sozusagen hier alles weg auf Null, auch wenn man sich auf Null macht bei diesem Schnitt. Hier fast alles weg und dann oben hat man auf einmal lange Haare. Das war früher in Deutschland eine Zeit lang Mode. Ich glaube jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall nicht bei uns in Berlin. Und das ist verboten. Das ist Al-Qaza und der ist verboten. Nach einigen Gelehrten, nach anderen Gelehrten ist Al-Qaza an sich verhasst und nicht haram. Außer es ist eine Nachahmung der Kuffar. Also beispielsweise, du siehst jetzt Justin Bieber, der irgendeine Qaza-Frisur trägt und deswegen sagst du, ich liebe ihn so sehr, ich will jetzt diese Frisur haben. Ja, dann ist das verboten. Das ist die